Das ist ja jetzt der Klassiker. Jetzt komme ich aus dem Laden raus und weiß nicht mehr, wo mein Auto steht. Aber als ich heute Morgen gekommen bin, waren da noch nicht so viele Autos. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, jetzt bin ich schon alles abgelaufen. Wo kann er denn jetzt noch sein? Was mache ich denn jetzt? Oh Mensch, da gibt es ja die App von Volvo. Damit kann man doch das Auto finden. Das ist mein Handy. Das probiere ich doch jetzt mal aus. Da haben wir schon lokalisieren. Eija, hat es schon gefunden. Super. Also der blaue Punkt, das bin jetzt ich und das da ist das Auto. Dann gehe ich mal auf die Karte und dann kann man sich sogar auch noch ein Satellitenbild anschauen dazu. Das ist doch viel besser. Dann sehe ich nämlich echt den Parkplatz. Das ist ja cool. Da bin ich. Also ich muss jetzt hier die Reihe durch bis zur Straße links. Eins, zwei, drei, vier, fünf rein. Nach oben und dann sollte da das Auto stehen. Man kann sogar versuchen, das blinken und hupen zu lassen. Da werden mich wahrscheinlich jetzt alle lieben, wenn ich das mache. Aber das probiere ich jetzt trotzdem aus.